Und dann hat er mich nochmal gefragt, warum sind Sie hier? Mal ganz im Ernst, versuchen Sie das mal zu formulieren. Versuchen Sie mal ein Ziel zu formulieren, hat er gesagt. Wichtig in der Paartherapie ist die Zielformulierung. Versuchen Sie mal ein Ziel fürs nächste Jahr zu formulieren, hat er mich gefragt. Und dann habe ich überlegt, Ziel fürs nächste Jahr, Ziel fürs nächste Jahr. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das Ziel fürs nächste Jahr ist auf jeden Fall wieder die direkte Champions League Qualifikation. Und ich habe so gelacht danach. Es war herrlich. Und da sagt meine Frau, der interessiert sich mehr für Fußball als für mich. Und der Therapeut guckt mich an und sagt, ja cool, welcher Verein?